Xabi Alonso hat sich offiziell verabschiedet aus den möglichen Bayern-Trainerkandidaten und zwar, wie wir wissen, Tuchel hört auf am Ende der Saison und Bayern ist natürlich sehr bemüht daran, einen neuen Trainer zu holen und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall einmal alle Trainer durch, mögliche Kandidaten und dann gebe ich meine Meinung dazu ab. Einmal fangen wir natürlich an mit Xabi Alonso, dann Zidane, Sebastian Hoeneß, Hansi Flick, José Mourinho, Antonio Conte, Roberto de Serbi, Rangnick und noch einen speziellen Wunschkandidaten, genau, werde ich behandeln und dann mal gucken, wer es am Ende wird. Und zwar fangen wir an mit Xabi Alonso, er hat zwar abgesagt, aber man muss halt auch wirklich sagen, es wäre genau der 100% perfekte Trainer, den Bayern braucht. Er hat einfach die Bayern-Vergangenheit, er hat eine gewisse Ausstrahlung einfach dafür, was er geleistet hat als Spieler, er ist ein Motivator, wie man merkt, also wie er nochmal Leverkusen pusht, ist krass. Er ist ein Taktik-Fuchs, also wirklich eine sehr gute Taktik, die er dort entwickelt hat und ja, er ist einfach auf jeden Fall so ein Trainer, wie Bayern ihn gerade bräuchte. Aber leider hat er es gestern bestätigt und zwar ist er offiziell raus aus dem Rennen, wie er in der Pressekonferenz verraten hat und zwar bleibt er nämlich bei Leverkusen. Seine Gründe dafür sind zum Beispiel, dass er sich einfach weiterentwickeln will und er auch im Top-Umfeld ist, seiner Meinung nach von Spielern und Mitarbeitern. Also ist er im Top-Umfeld einfach und will dort nicht weggehen und man muss halt auch sagen, Spieler wie zum Beispiel Florian Wirtz, der für mich der beste Spieler bei Leverkusen ist, der bleibt ja auch sehr wahrscheinlich oder könnte sich noch vorstellen, eine weitere Saison zu bleiben und deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall eine clevere Entscheidung von Xabi Alonso, weil für mich ist es einfach klar, er spekuliert einfach auf Real Madrid, meine Meinung nach, weit im nächsten Sommer und zwar ist es einfach so, sodass, genau, Angelotti ja verlängert hatte im Frühjahr und deswegen dann Xabi Alonso nicht schon diesen Sommer hingehen konnte und ich denke, er will auf jeden Fall Real Madrid machen und ich sehe ihn auch am ehesten bei Real Madrid, auch wenn er ganz ehrlich der perfekte Trainer einfach für Bayern wäre und ich wäre auch sehr froh, wenn er da hingehen würde, aber naja, was willst du machen? Der nächste Kandidat ist Zindin Zidane und zwar kam es auch vor ein paar Tagen das Gerücht auf, dass er ein Duo bilden soll mit Ribéry sogar, der ja auch als Trainer agieren will demnächst und ja, aber es kam auch schon sehr früh raus, dass angeblich nichts da dran ist oder beziehungsweise für Bayern Zidane kein Thema ist und für mich ist es einfach, was aber für Zidane spricht, ist auf jeden Fall, dass er richtig diese Authentizität hat, also sein Charakter, das, was er, das ist ja, also Zidane ist ja nicht nur irgendein Spieler, das ist auch nicht nur ein sehr guter Spieler, das ist ja eine Legende, das ist einer der besten Spieler überhaupt und der hat natürlich eine Wahnsinnsausstrahlung und vor allem, was man halt auch sagen muss, ist einfach, dass er ein Wahnsinnsmotivator ist, also Real Madrid hat er ja wirklich gut übernommen und war ja mehr als erfolgreich mit den Champions League Titeln und generell auch Titeln und man muss halt einfach auch sagen, da hat man gemerkt, er ist so ein Verwalterer, er ist ein Typ, der so Menschenfänger, der eine Mannschaft leiten kann und zusammenschraubt und was vor allem, finde ich, bei Bayern super, super wichtig ist, was man schon an Trainern wie Jupp Heynckes oder Hansi Flick gemerkt hat, dass das bei Bayern eher die Stellschraube ist, anstatt von irgendeinem, keine Ahnung, taktischen Meistertrainer, sage ich mal unbedingt oder, ja, keine Ahnung, oder zumindestens ist dieser Menschenfängeraspekt sehr, sehr, sehr wichtig für Bayern. Dennoch ist für mich Zidane, das ist auch meine persönliche Meinung, viele stimmen da nicht überein, aber für mich ist er taktisch, naja, also ich finde nicht überragend und ich fand, er hat einfach profitiert von den individuellen Spielern bei Real Madrid, dass sie einfach Weltklasse zu dem Zeitpunkt waren und dass er dann auch ein bisschen das Glück hatte vom Team, auch wenn man sagen muss, wir sehen es jetzt an Frankreich zum Beispiel, das ist eine Übermannschaft eigentlich normalerweise und ich finde trotzdem, der Deschamps, der macht das aber nicht, könnte da noch mehr rausholen, also eigentlich könnten die über jedes Turnier so rüberfegen, mit welchen Spielern die haben und, ja, deswegen Zidane auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark und nicht falsch verstehen, dennoch denke ich, manchmal war es halt eher so, spielt ein bisschen verteidigt, kompakt und dann spielt am Ende zu Ronaldo und der macht eben ein Tor, das war so mein Eindruck und deswegen glaube ich, dass er nicht unbedingt zu geeignet ist. Dann gehen wir noch auf Sebastian Hünnes zu sprechen und das muss ich einfach behandeln, wir ganz kurz, und zwar für mich ist er einfach noch ein bisschen zu jung und zu unerfahren, also er macht einen Wahnsinnsjob bei Stuttgart, er hat es auch schon bei der Reservemannschaft von Bayern gemacht und auch bei Hoffenheim war der auch eigentlich sehr stabil, fand ich, also, ja, ist richtig gut, ist auch für mich einfach für die Zukunft einer, aber ich würde ihn auf jeden Fall, er hat ja auch schon verlängert bei Stuttgart jetzt, deswegen ist es eh sehr unwahrscheinlich, aber gib ihm lieber die Zeit noch zum Entwickeln, um sich zu verbessern und dann wird das auf jeden Fall ein möglicher Kandidat, weil für mich ist das 100% auch ein Bayern-Trainer, der aber einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so erfolgreich genug, also erfolgreich wird er sein bestimmt bei Bayern, aber nicht erfolgreich genug für Bayern und deswegen denke ich, ja, eher was für die Zukunft und nicht für jetzt. So, Hansi Flick als nächster Kandidat und zwar muss man daher sagen, auf jeden Fall sagen, er ist ein Menschenfänger, er kann die Mannschaft sowas von begeistern, war unfassbar erfolgreich, muss man ja einfach sagen, also das war für mich fast, wenn nicht sogar das dominanteste Bayern überhaupt als Flick übernommen hatte, genau, das war ja auch das Sextupel-Jahr und besser kannst du es ja nicht machen, aber für mich ist es einfach, was man im Nachhinein vielleicht sagen muss, es war, dass die Pandemie und dort war es einfach so, dass Bayern, glaube ich, vermutlich einfach vom Fitnesszustand deutlich, deutlich überlegen war, allen anderen gegenüber und ich glaube, deswegen die so heftig performt haben und deswegen glaube ich auch, weil man es auch in der zweiten Saison gesehen hat, dass Flick nicht unbedingt jetzt so der Taktik-Fuchs ist, also, ja, und nicht unbedingt der beste Trainer auch für Bayern wäre jetzt, vor allem, weil man auch sagen muss, für mich ist Flick, fand ich, dass er auf die Leute gesetzt hat, die jetzt gerade gut waren, also auf Müller und so weiter, aber der ist kein Entwickler, der nimmt eher einen Ist-Zustand hat er und dann formt er daraus eine Mannschaft und bringt sie zur Überperformance, auch wenn es leider bei Deutschland nicht geklappt hat, aber bei Bayern war es auf jeden Fall so und er ist auch eher einer, der dann halt die alten, bewährten Spieler nehmen würde, zum Beispiel, ich glaube, der würde auch, keine Ahnung, bei Bayern würden auf einmal dann Transfers kommen von, keine Ahnung, Emre Can und von Thilo Kera zum Beispiel, sag ich mal, und ich denke mal, er passt nicht unbedingt zu Bayern momentan mehr, aber hat natürlich Wahnsinniges geleistet. Der Nächste auf der Liste ist José Mourinho und zwar können wir das dort auch sehr kurz und knapp machen, für mich lebt er momentan einfach von seinem Status, von seiner Vergangenheit, er war ein Wahnsinns-Trainer, der Heftiges geleistet hat, vor allem mit Porto, muss man sagen, aber auch sonst in seiner ganzen Karriere wahnsinnig gut war er, aber für mich ist es einfach so, dass er zum momentanen Zeitpunkt, glaube ich, nicht Bayern München zum Champions-League-Titel führen würde, was ja das Ziel ist, auf jeden Fall in den nächsten Jahren mal wieder und für mich ist es einfach auch, sein Spielstil passt nicht zu Bayern und ich finde ihn auch nicht ansehlich und ich finde auf jeden Fall, dass Bayern nicht dort irgendwie José Mourinho seine Mannschaft bauen lassen sollte und vor allem, weil es jetzt einfach gerade der Zeitpunkt ist, wo man wirklich was entwickeln kann, wo man den Kader umstrukturieren kann und ja, deswegen. Und zumal muss man sagen, José Mourinho hat einen einzigartigen Charakter, er hat natürlich einen wahnsinnig guten Führungsstil, sage ich mal, oder kann bestimmt die Mannschaft richtig gut führen, aber man muss einfach am Ende sagen, dass er, glaube ich, auch ein bisschen schwierig werden könnte und für mich nichts langfristiges und vor allem eigentlich aber auch nichts kurzfristiges, also bin ich kein Fan von. So, der nächste Kandidat wäre Antonio Conte und zwar muss ich da einfach sagen, ich finde den taktisch richtig gut, ich finde, der hat einen geilen Charakter und vor allem auch diese Führungsstärke, dass er da Leute, ja, Autorität hat und dann einfach auch die Mannschaft führen kann, das finde ich richtig geil und deswegen eigentlich finde ich einen Wahnsinns-Trainer, aber für mich ist Antonio Conte, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so die Vibes, dass der zwei bis drei Jahre bei Bayern gut abschneiden würde, aber dann irgendwie, keine Ahnung, passiert irgendwie mal was oder man ist nicht zufrieden in der Champions League genug und dann ist er auch, glaube ich, weg. Also ich habe irgendwie die Vibes, auch wenn ich ihn sehr gerne mag, dass er, glaube ich, zwei, drei Jahre da wäre und dann auch weg und für mich ist es einfach wichtig, diese Kontinuität zu haben und etwas wirklich für die Zukunft aufzubauen, ein bisschen langfristiger zu denken. Wir sehen es ja einfach immer wieder, es ist, man muss ja auch sagen, was ist, wir sehen es ja einfach an Klopp, an Guardiola und so weiter, die sind über Jahre, die sind fast ein Jahrzehnt bei einer Mannschaft oder so und die bewirken da richtig was und sind damit am erfolgreichsten für mich, ja, und nicht immer dieses kurzfristige. Deswegen bin ich auch kein, oder sage ich mal so, doch, ich bin ein Befürworter von Conte auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass er bei Bayern optimal aufgehoben wird, das wäre. Deswegen würde ich auch sagen, eher abraten von Antonio Conte bei Bayern. So, jetzt geht es in die heißere Phase und zwar Roberto de Serbi kommt als heißer Kandidat auf jeden Fall, auch durch die Medien vor allem. Man muss einfach sagen, überragender Taktiker. Also wirklich, wenn Guardiola schon von einem schwärmt, dann weiß man, wie gut er ist. Bringt auch eine sehr gute Spielphilosophie mit im 4-2-3-1, die sehr gut zu Bayern passen würde, vermutlich. Ist auch ein erfolgreicher Entwickler, hat echt viele Spieler, die mittelmäßig sind, würde ich mal sagen, oder nur Potenzial hatten, zu richtig guten Spielern gemacht. Und ja, deswegen muss man sagen, dort in den Bereichen absolut top. Aber für mich ist es so, er hat noch keine Top-Mannschaft trainiert. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie reicht mir Brighton, auch wenn die oben spielen bei der Premier League, mir reicht das noch nicht. Also das ist halt so ein bisschen, ja, ich glaube Bayern würde er schon schaffen, aber ich denke immer so ein bisschen in den nächsten fünf Jahren oder bis 2030, da will man ja auch ganz gerne mal wieder einen Champions-League-Titel holen. Und da weiß ich noch nicht, ob das mit ihm möglich ist. Und vor allem ist es einfach so, ich glaube, er ist nicht unbedingt einer, der die Mannschaft so ein Menschenfänger ist, der klar doch Führungsstärke wohl ausweist, aber trotzdem glaube ich nicht unbedingt so einer ist, der die Menschen fängt, begeistert mit seiner Art und sind natürlich nur Spekulationen. Aber so kommt er mir rüber und deswegen glaube ich, dass er nicht optimal wäre für Bayern. und man kann ihn nehmen, wenn er erhältlich ist, ist auf jeden Fall ein sehr guter Trainer, aber für mich nicht optimal für Bayern und auch nichts Langfristiges, aber ja, mal gucken auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall einer, der in die engere Auswahl kommen sollte. Vorletzter Trainer und zwar Ralf Rangnick ist ja jetzt auch durch die Medien hinzugekommen. Und zwar muss man sagen, ich habe ein sehr hohes Ansehen bei Rangnick und das haben auch sehr viele andere. Taktisch richtig gut, ist ja auch, sag ich mal so, Mentor von Klopp gewesen, muss man ja sagen, aber für mich ist es nicht die Bayern-Taktik auf jeden Fall. Also nicht wie Bayern spielt und vermutlich spielen sollte. Deswegen, ich finde, Rangnick ist auf jeden Fall ein richtig guter Trainer, vor allem was er mit Österreich macht, ist wahnsinnig gut, aber ich würde eher seinen Fußball als Underdog-Fußball bezeichnen. Also, dass er mit einer schwächeren Mannschaft, wie zum Beispiel Österreich, sehr gut gegen gute Mannschaften abschneiden kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass er unbedingt der beste Fit wäre für Bayern als Trainer. Für mich wäre es einer, der eine kurzfristige Lösung wäre, auf jeden Fall, den man da gerne hinpacken kann. Aber ich würde auch gerade sagen, momentan ist halt einfach diese Schwelle, du kannst eine Kader-Umstrukturierung machen bei Bayern. Die bietet sich gerade sehr gut an und es ist einfach gerade, jetzt sollte ein Trainer kommen, der wirklich wie Arsch auf einmal passt und genau, dort einfach was entstehen lässt bei Bayern. Und deswegen finde ich Rangnick auch nicht optimal. Jetzt haben wir natürlich mehr als genug Trainerkandidaten, sind wir durchgegangen und was ist mein Wunschkandidat? Und ja, es ist einen, den ich noch nicht genannt habe und zwar Nagelsmann. Ich finde, Nagelsmann, muss ich ehrlich sagen, ich bin ein riesen Fan von dem. Ich finde auch, der hat einfach eine sehr hohe Beliebtheit, meiner Meinung nach, bei Spielern und so weiter. Aber auch bei den Fans vor allem, hat er ja. Ich glaube, die meisten waren sehr enttäuscht, als er rausgeworfen wurde. Und ja, was teichnet ihn einfach aus? Muss man sagen, der ist ein Taktik-Genie. Der hat wirklich, es ist natürlich manchmal ein bisschen kompliziert, was er sich da überlegt hat. Aber man muss sagen, taktisch hat er es richtig gut drauf. Offensiven Fußball lässt er spielen, mutigen Fußball, wo man aber auch wirklich Spaß hat beim Zusehen, aber der auch sehr gut ist. Also die Chancen, die kreiert werden, waren richtig gut. Er ist ein Entwickler, muss man sagen, dass er junge Spieler, vor allem zum Beispiel so ein Stani Sitsch, wie er performt hat unter Nagelsmann, war richtig, richtig krass zum Beispiel. Und auch sonstiges, wie er da auch Leroy Sané wieder hinbekommen hatte, beziehungsweise auch Jamal Musiala nochmal den nächsten Schritt gegangen ist unter ihm. Finde ich erstaunlich und genau einer, den Bayern braucht. Und man muss auch sagen, wie man jetzt bei der Nationalmannschaft gemerkt hat, ist ja auch so ein Stück weit echt ein Menschenfänger, muss man sagen. Also wie er da nochmal wieder so ein Teamgeist und Siegeswillen nochmal neu reinbekommen hat in die Mannschaft, war schon erstaunlich, wie die jetzt aufgetreten haben oder aufgetreten sind gegen Frankreich und Niederlande. Deswegen finde ich auch sehr gut. Vor allem muss man einfach ein großes Argument sagen für Nagelsmann ist, dass er langfristig einfach was für die Zukunft ist, der einfach für Bayern, dass man da was aufbauen kann, wie es damals geplant war. Aber leider wurde ja zu früh meiner Meinung nach die Reißleine gezogen. Und es ist halt wirklich, wirklich traurig, weil das ist der einzige Grund, weil Nagelsmann halt vor Tuchel da war, warum eventuell manche sagen würden, ich weiß ja nicht, ob wir den zurückholen sollen. Das ist halt schade und man muss halt einfach sagen, er hat damals wahnsinnig performt eigentlich auch mit der Mannschaft, auch wenn es natürlich, auch wenn er nicht perfekt war, muss man sagen. Ja, es gab auch Probleme, aber ja, der ist noch jung, da kann sich was entwickeln. Und man muss auch sagen, diesmal kannst du ja auch einen Kader für ihn richtig erstellen, wirklich Personal für Nagelsmann den Kader aufbauen. Und zum Beispiel auch, der musste mit dem Schopo Mutting zum Beispiel einen Sturmtraining, auch wenn er in der Saison wahnsinnig war, also als Lewandowski weggegangen ist, hat er mit dem Schopo Mutting, hat er richtig gut gespielt, hat den auch richtig gut hinbekommen in Szene gesetzt. Und man muss halt einfach sagen, jetzt hast du nochmal einen Harry Kane und auch wenn ich Schopo mega gut finde, muss man sagen, Harry Kane ist halt ein Weltklasse-Stürmer. Und der würde auch perfekt fürs Nagelsmann-System passen. Also wirklich Kane, Musiala und vielleicht noch jetzt irgendwann mal, aber das würde perfekt passen für Nagelsmann. Und deswegen finde ich, sollte man auf jeden Fall ihm eigentlich die Chance geben. Und ja, für mich war er einfach gut bei Bayern. Und unbedingt die Probleme, die er hatte, waren ja nicht unbedingt Nagelsmann schuld, weil man muss ja auch sagen, Tuchel hat es am Anfang oder bis zum Ende jetzt auch nicht wirklich hinbekommen. Und ja, deswegen finde ich auf jeden Fall, dass Nagelsmann eine zweite Chance verdient hat. Er ist ein deutscher Trainer mit einer wahnsinnigen Zukunft und für mich einfach auch ein bisschen so ein besserer Hoeneß beziehungsweise eher ein Sebastian Hoeneß mit Erfahrung, weil er halt auch mit Leipzig schon Champions League gespielt hat, mit Bayern jetzt Champions League. Und deswegen für mich Nagelsmann weiterhin, dass die perfekte Option, auch wenn es leider einfach nur an dem einen Kriterium vielleicht scheitern könnte, und zwar, dass er vor kurzem noch bei Bayern war. Aber schreibt mir gerne eure Meinung, welcher Trainer bei Bayern im Sommer wahrscheinlich auf der Trainerbank sitzen wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.